Und damit seid gegrüßt mein Lieben Zwergelnummer mit dem neuen Part Deponia mit dem Zwergelfürst. Ja, was habe ich hier im Inventar? Ja, ich habe schon auf Screen mal ein bisschen was gemacht, damit ich hier an die Stelle komme, wo ich im letzten Part aufhören musste, weil das Spiel abgebrochen ist. Ja, jetzt haben wir wieder alles zusammen, was wir brauchen. Eine Socke, eine Liste, eine Alt-Öldose, ein Handschweißgerät, ein Waschmittel. Socke, ein Sofenzettel, ein Dauphnemos nur gesagt, Topf, die Socke, ein Püntel und ein Nähkabel. Hätten wir da am Angebot. Ja, ein vollgekrümmetes Sofa. Können wir damit was anfangen? Da sind scheinbar noch ein paar Vasavi-Nüsse in den Ritzen, aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Okay, ein Behälter müssen wir also schaffen. Einen Behälter. Ob ich hier die zweite Socke finde? Wahrscheinlich nicht. Ein Behälter, das wäre ein Behälter. Die Öldose. Was für eine Plörre. Nein, hier können wir eine Plörre. Hier kriegen wir eine Plörre. Also können wir die Öldose hier nicht packen. Können wir die Dose hier hinpacken. Und weg damit. Jo. Einfach das Öl wegkippen, dann haben wir eine Dose. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze die sind noch gut als Reiseproviant. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir im Inventar Proviant. Ja, eine Dose voller Wasser-Nüsse. Alles klar, können wir eigentlich schon mal entpacken gehen. Haben wir schon mal. Können wir schon mal in den Koffer packen. Haben wir schon dabei. Der Seitenschneller steckt schon drin. Check eine für sofort. Und eine für unterwegs. Och, iiihih. Mampft gleich einer. Eine von denen weg. So, dann müssen wir noch eine Zahnbürste kommen. Und dann müssen wir noch Socken suchen. Ein paar Socken. Ähm, im Sofa ist keine Socke mehr drin. Oh, keine zweite Socke zu sehen. Hm, tja, habe ich gestern schon alles, äh, ja, wahrscheinlich gestern. Mal schauen, wann dieser Part-Online kommt. Aber habe ich im letzten Part schon gesucht und nichts gefunden. Tja, ähm, Ofen. Ja, ähm, ein Topf. Hm, kalt. Ein Topf, den können wir da draufstellen. Jo, können wir. Ähm, was zum Anfeuern. Haben wir was zum... Ah, ja, natürlich. Natürlich haben wir was zum Anfeuern. Wir haben hier... Ja, natürlich. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Hm. Was könnte man dafür nur nehmen? Ähm, die Liste? Nee. Tonis Memos. Und rein damit. Ja. Tonis Memos. Und... Was nehmen wir noch? Da können wir was anzünden. Mit dem Flammenwerfer. Und schon brennt der Ofen. Ach, ja, ähm... Autsch! Verdammt, das ist ja heiß! Ja, kacke, ähm... Der brennt doch schon. Da hätten wir jetzt eigentlich... Wasser rein tun müssen. Ähm... Oh, das können wir wegnehmen. Sehr gut. Haben wir noch nicht ganz verloren. Dann tun wir den... ...aufgleichen in den Kühlschrank. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Das ist typisch. Toni arbeitet den ganzen Tag und ich muss hungern. Ja, ähm... Dann machen wir den Abwasch. Einmal Wasser rein. Und dann machen wir den Abwasch. Oh, ich nehme was mit. Ähm... Kochen wir mal ein bisschen Wasser ab. Ist ja beträglich genug, die Plörre hier. Können wir gebrauchen. Abgekochtes Wasser. Ähm... Ja... Oh, schon brutzelt es. Da wird das Wasser gekocht. Ähm... Können wir uns einen Tee aufgießen? Oder... Wir werfen die Liste rein. Ob da wohl irgendwas drin ist, was ich für meine Reise brauche? Hm... Nein. Ähm... Das hier können wir reinschmeißen. Ich werde Toni eine Memo schreiben. Haha... Eine Memo schreiben, wie soll ich sie auch mal putzen? Den Pümpeln. Da gibt es leider nichts zu pümpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pümple. Tja... So eine Schande auch. Ein bisschen rumgabeln. Nichts zu gabeln da. Alles muss man selber machen. Da muss man erstmal Essen rein machen. Hm... Ich mag meine Wasabi. Oh... Ist so ein dick von... Eine Wasabi Nuss. Kann man die eigentlich essen? Können wir die Wasabi Nuss kombinieren? Mit der Gabel. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepoolt. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Hm... Das Zeug schmeckt nicht. Damit es noch besser schmeckt. Wasabi aus der Couchritze mit Spülmittel. Ja... Okay... Ähm... Dann... Socken. Ob ich hier die zweite Socke finde? Hm... Die Socken. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein Paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen. Wenn ich nach Elysium komme. Aha... Kombinieren können wir es also nicht. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche... Ja, kennen wir, kennen wir, kennen wir. So... So... Ähm... So... Ähm... Okay... Da kommt das Waschmittel rein. Ah... Verstehe... Alles klar. Und dann hier die Waschsocke. Ob ich hier die zweite Socke finde? Okay... Nicht? Ob ich hier die zweite Socke finde? Ähm... Okay... Ob ich hier die zweite Socke finde? Hm... Aber die... Ob ich hier die zweite Socke finde? Ähm... Ähm... Topf? Ob sie immer noch heiß ist? Autsch! Verdammt... Ach... Wofus... Du total Batsch! Verbrennst dich immer wieder! Ähm... Ja... Dann lassen wir es mal kochen oder was? Ähm... Die Kammer! Keine Chance! Die Klinke fehlt! Und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen! Hm... Ich glaube das überkocht es da ein bisschen! Ach... Lassen wir es mal drüber kochen! Muss Toni dann halt sauber machen! Mauseloch! Oh... Da haben wir... Eine Mausefalle! Können wir die denn kochen? Wozu? Ich habe doch noch gar keine Maus gefangen! Ach ja... Aber den Schinken da drüben können wir auch... Hier gibt es nichts mehr zu fangen! Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen! Was nicht heißt, dass Ihr Plan besser war als meiner! Tja... Ähm... Was können wir dann da jetzt... Socken in den Ofen? Ob ich hier die zweite Socke finde? Hm... Ok... Was ist das jetzt am Kochen? Ja... Lassen wir es mal kochen oder was? Ähm... Dunkles Eckchen! Dunkles Eck! Da mal... Ähm... Was? Ohne den Riffen Köder wird das wohl nichts! Köder! Hm... Was da passiert da? Kann man nicht zufällig irgendwie aufkriegen? Mit dem Fangen... Feuerzangen... Feuerzangenbude... Ja... Hiermit! Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker! Verdammt! Nein... Das war wohl nichts! Ähm... Ein Köder! Für die Maus! Ah... Ok... Verstehe... Wasabi! Ja... Die Wasabi auswählen und die Wasabi mit der Mosefalle? Jau! Kombiniert! So muss das sein! Ok... Falle mit Köder! Wo packen wir die wohl hin? In die dunkle Ecke vielleicht? Ja... Zack! Rein damit! Zahnbürste! Gefangen! Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen! Ähm... Jaaa... Gut! Ähm... Können wir jetzt... Mit der Zahnbürste... Der Ofen könnte auch mal wieder geputzen! Jaaa... Vielleicht nicht gerade beim Kochen... Hm... Ich will die Socke da rein machen! Können wir die Socke da nicht rein tun? Ob sie immer noch heiß ist? Wir können es da nur mit den Fingern verbrennen! Verdammt! Hm... Können wir das wieder ausmachen? Jaaa... Da findest du nicht die zweite Socke! Hm... Hm... Seltsam... Oh... Da war doch was... Sekunde... Hab ich doch was gesehen... Ähm... In Rufus Zimmer... Ah... Ok... Da geht es nur hoch... Hier... Ähm... Koffer... Ähm... Zahn... Zahn... Zahnschlangerie trägt Rufus zumindest noch nicht! Zahnbürste... Eine Zahnbürste reingepackt! Ok... Was fehlt denn uns noch? Es fehlt nur noch ein paar Socken... Seitenschneider... Warum auch immer... Zahnbürste... Check! Und das war's! Die Liste... Können wir uns die mal angucken... Mal gucken... Es fehlt nur noch ein paar Socken... Seitenschneider... Zahnbürste... Fehlten nur noch... ... der Socke... 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 Toilettentür... Hm... Ähm... Toilettentür... Waschbecken... ... Pullover- Ja gut, ähm... Idee, Sofa, Herzplatte, noch nicht, Socken können wir hier nicht, Socken, das sind immerhin eine Socke willst du nicht essen, ok, aber vielleicht können wir mit der Gabel da rumstochern, noch nichts zu gabeln da, alles muss man selber machen, tja, ähm, kann man den Herd irgendwie ausstellen, noch nichts zu gabeln da, alles muss man selber machen, naja, rufen, noch nichts zu gabeln da, hab es kapiert, können wir das wieder rückgängig machen, der brennt doch schon, ein brennt schon, hm 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 Auf einmal kannst du die Socken rein tun. Ach ich habe jetzt auf die Herdplatte gedrückt, ich tipp die ganze Zeit auf die Herdplatte. Auf die Herdplatte legen wollen wir es natürlich nicht. So die letzte Socke, ne Topf. Topf. Da können wir also noch nicht dran passen. Aber mit der Gabel können wir vielleicht. Die Socke hat sich verfärbt. Wer hat das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Die subtraktive Farbmischung. Ob da wohl irgendwas drin ist? Ja, Hufus. Jetzt haben wir Socken. So können wir uns die Liste angucken und verstehen. Socken. Können wir die im Sofa verstecken? Niemals in diesem Müll zwei gleiche Socken zu finden war schwierig genug. Ok verstehe ich ja. Ähm na dann tun wir es mal in den Koffer. Haben wir jetzt ein paar Socken. Sockenpaar. Handschweißgerät und die Liste. Das Handschweißgerät müssen wir noch einpacken. Ganz bestimmt. Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine verwenden. Wie ein schönes Handschweißgerät. Ein Handschweißgerät. Braucht man immer. Kann man immer gebrauchen. Na gut. Dann pack halt die Socken in den Koffer. Socken? Chat. Ich scheine alles zu haben. Na dann. Zu damit. Ich. Ich. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ähm. Ja gut. Ähm. Was von diesen überlebenswichtigen Sachen packen wir denn jetzt raus? Was brauchen wir denn unbedingt für Elysium? Socken brauchen wir nicht. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Dann ähm. Die Zahnbürste. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Die äh. Der Proviant den können wir rauspacken. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Na gut. Ähm. Dann ja. Den Seitenstand. Mit dem Pack bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Tja. Jetzt passt es. Was der mal auf der Liste benötigt. Fremd gehen. Da muss ich dann, dass ich in 됐 спорт geleben bin. O lynch den T DID zu investigación habe. Der jungen Rohr wird schwierig.